Moin moin Leute, was geht euch wieder? Und zwar zu einem neuen Video. Unsere geht's heute allerdings was ein bisschen anderes und zwar werden wir uns heute mal darum kümmern, dass wir irgendwie es hinbekommen, eine 0 Jump Fails Challenge zu machen in Jump League. Und das Ganze versuche ich noch ein bisschen gerne zu cutten und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. So, erstmal diesen Shader dafür ausmachen. Mit geht's natürlich nicht. So, aus ist er. So, die erste Runde startet genau jetzt, Leute. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Modul 1 sieht ja schon mal ziemlich easy aus. Ey Leute, ich sag euch, wie es ist, aber ich halte es für echt unrealistisch, dass ich das Ganze hier schaffe, ohne einen einzigen Jump Fail. Also, es ist... Ich bin ja gar nicht mal so kacke in Jump League, aber trotzdem, ohne einen Fail, das ist echt schon hart, ey. Naja, bis jetzt läuft es doch ganz gut, aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Puh, Modul 4. Okay. Wir sind... Oh, scheiße, dieser Sprung ist mies. Okay, aber auch noch geschafft, also ist gut. Modul 4 haben wir jetzt geschafft, Leute. Und wir sind bei 5, ohne einen Jump Fail bis jetzt. Ey, Leute. Puh. Wir sind nicht erst, das ist auch schon mal gar nicht mal so gut, weil wir dann irgendwie das Ganze gar nicht erst abschließen können, wenn der Erste nämlich schon am Ziel ist. Oh mein Gott. Oh, der Sprung wird auch... Okay. Leute, noch kommen wir durch. Noch klappt es. Oh, oh, der Sprung wird... Der Sprung wird... Ekelhaft. Oh mein Gott, der wird auch richtig widerlich. Und der auch. Puh. Was? Modul 7, ohne einen Jump Fail. Leute, ey, was geht ab mit mir? Ey, Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich hab hier First Try mich hingesetzt. Und mir so gedacht, ey, ich mach jetzt ein Video. Und, äh, das wird darum handeln. Und jetzt sitze ich hier. Und bin... Oh, First Try bei Modul, äh, äh, 7, ohne einen Fail. Was schon mal gut ist. Aber ich werde das Ganze, glaube ich, nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Modul 8, wo sind die ganzen Hater, Jungs? Wo sind sie? Oh mein Gott. Ich hasse das Modul über alles, ne? Ich hab keine Ahnung, wie man hier weitermachen soll. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich kenn dieses Modul nicht. Ich glaub, ich muss da drauf. Und jetzt muss ich hier drauf. Und jetzt? Ja, jetzt fängt sie mich an, Leute. Ich hab keine Ahnung, wohin jetzt. Oh mein Gott. Ich muss da hin. Oh. Der schaff ich niemals, ne? Nein. 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 Ah, direkt in die nächste Runde. Fuck. Ich denk mal, ich werde jetzt mal hier diese ganzen Easy-Module auf jeden Fall skippen. Weil ich denke nicht, dass ich hier faile. Und falls doch, dann cutte ich das auf jeden Fall rein. Aber diese Easy-Module sind dann einfach echt auch wirklich einfach. Deswegen werde ich sie, glaube ich, nicht Teil des Videos lassen, Leute. So, Leute. Ich sag mal, jetzt wird's ernst. Wir sind beim Modul 6. In der zweiten Runde. Läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Hey, dieses Modul ist schon asozial. Oh. Nein. Nein. Warum? Leute, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ziehen wir die Runde einfach durch. Und wenn ich's winne am Ende, dann, ähm, ja. Habe ich's gewonnen. Ich habe die Challenger bestanden. Ey, das ist aber auch hart, Alter. Versuch das mal selber. Ey, das erste war ja schon krass. Ich bin ja bis zum Modul 8 oder sowas gekommen. Das war schon echt krass. Wow, und das war einfach nur wegen Kack-Modul. Das ist auch das schlimmste Modul, was, glaube ich, überhaupt Jumpdick zu bieten hat. Und ich komme bei diesem Modul nämlich nie weiter. Und das ist immer dasselbe Problem mit diesem Modul. Ich sag's euch, diese Runde wird nix für euch. Die werde ich auf jeden Fall failen. Die Module sind schon amok schwer. Keine Chance, wenn ich das hier gewinne, ey. Äh. Oh. Oh. Alter. Der. Was war das jetzt? Wann. Okay, Modul 6 sind wir jetzt. Und wir hoffen, dass wir noch ganz weit nach oben kommen. Ohne einen Jump-Fail im Idealfall. Oh mein Gott. Ey, das war auch wieder richtig knapp, ne? Oh. Oh. Puh. Oh mein Gott, Leute. Ey, dieses Modul war auch wieder richtig nervig. Ey, ich soll da hinkommen? Oh mein Gott. Nein! Ach, Mann! Gar keinen Bock darauf, ey. Ja, jetzt sagt man direkt, wie ich Instant fail, ey, wenn ich mich nicht konzentriere. Ja, 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 wahrscheinlich, ey. Junge, wie nervig das einfach ist, ey. Wegen den unnötigsten Sprüngen verkackt, man. Und jetzt, wenn ich rage, werde ich safe, instant irgendwie alles durchschaffen. Oh, okay, so viel zum Thema. Aber dieser Sprung war auch easy. Oh, diese Stelle war eigentlich auch easy. Jetzt first try, Leute. Oh, easy. Einfach nur gesneakt drüber laufen. Muss jetzt sein. Oh. Mann. Oh, wir haben ein Eisenschwert und ein Eisenbrustpanzer. Das ist schon mal nicht bad. Och, komm. Und dann wieder der letzte Sprung, ey. Ich hasse Schwermodule. Und ich bin gar nicht mal so kacke in Jump League. Das muss man auch nochmal bedenken, ey. Junge, wie oft noch? Das gibt's nicht. Endlich. Ja, wahrscheinlich hat er es jetzt schon geschafft, Digga. Auch jetzt ist doch vorbei. Also, wir könnten diese Runde gewinnen. Boah, wir haben keinen Angel und so, ne? Alter, das wird schon... Das wird schon... Ne, das wird zu hart, glaube ich. Wir haben nicht mal einen Helm und so. Kacke. Ja, wahrscheinlich ist hier der Winner, Junge. Leck mich. Ja, toll. Ich hab dem einen mitgegeben. Ja, aber ohne Angel macht das nicht mal Sinn, ey. Das ist doch das Schlimmste. So, ersten haben wir. Zweiten haben wir. Dritten haben wir. Vierten haben wir. Okay, das war's erstmal. Okay, vier Kills hintereinander. Schon mal gut. Ja, ja, lauf mal lieber weg, Junge. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Der hat mich auseinandergenommen, Leute. Hö, ich backe. Da sind welche, Leute. So, mach mal ein bisschen Ordnung hier. So, den haben wir. Den haben wir auch. Und der andere zieht mich jetzt, oder? Ich wusste es. Boah, wie nervig. Hau doch mal ab, Alter. Und hackt der? Das ist voll schnell da gewesen. Komm, jetzt ab mit dir ins Wasser. Genau da hin mit dir. Ich brauch diesen Kill, ne? Fuck, der hat den bekommen. Ja, ja, genau, 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 genau. Nein! Warum? Warum? Boah, das war's, ey. Ich hab jetzt noch einen Herz und die anderen beiden haben noch drei. Oh, ja, wahrscheinlich schaff ich das jetzt noch. Keine Chance, allein gegen diesen ersten da. Ja, wahrscheinlich hast du einen Bogen. Easy, Digga, easy. Erster Pfeil einsammeln, ne? Erster Pfeil einsammeln. Ich hab ein Feuerzeug. Das könnte mir helfen. Oh, direkt zwei. Ja, ich würd sagen, ich warte einfach, Leute. Ich warte. Ah, fuck. Hey, jetzt komm nicht zu mir, Digga. Junge, ey, du kommst nicht zu... Ey, du bist nicht sterben, ne? Fuck. Ja, wahrscheinlich, Mann, ey. Wie kann man so viel Lack haben? Ey, dieses Wasser bei dieser Map, ne? Das ist so ätzend, ey. Das ist so ätzend. Ja, jetzt geht er aufs Schiff. Ja, und jetzt... Hä, warum ist das so schnell? Ey, der hackt. Der hackt. Ey, der hat gehackt. Guck, wie schnell der Wasser unterwegs ist. Wie sind die beide so schnell im Wasser unterwegs? Hä, warum sind die beide so schnell im Wasser unterwegs? Digga, das ist jetzt so viel Minecraft für mich heute, ey. Ohne Witz. Ahoi. Viel Spaß euch noch.